Spielen sie gut! Vor Oldenburg natürlich auch das dritte Spiel in sieben Tagen. Ja, sehr, sehr schönes Tor natürlich. Und die Reine, die man aus dem ersten Schritt den Wurf nehmen kann. Drei missglückte Versuche. Jetzt war mal wieder einer drin. Macht sich super. Sehr, sehr schöner Heber. Ja, eigentlich... Da auch schon mal die eine oder andere Aktion vielleicht mit beeinflusst. Also das ist auch eine gute Taktik. Und das war ein schöner Treffer von Letizia Quist. Ja, das macht sie gut. Und da hat sie ganz viel Platz. Alleine vorm Tor und kann verwandeln. Und im Gegenzug rappelt es wieder. Ja, Kühne macht das gut. Sie musste attackieren. Und der Treffer ist drin. Gleich wieder raus. Natürlich kommen da Lücken. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass Johanna Reichert damit ganz viel Druck kommt. Und schon wieder ist es Reichert. Ja, Kreis ist zu. Weiter geht's. Fiene Huber gut verteidigt von Lisa Frey. Und jetzt direkt wieder schnell auf Alexia Hau. Frecher Heber. Über Eckhalle. Ja, Reichert. Das ist... Das ist eine Maschine. Das kann man nicht anders so sagen. Ja, das ist... Das ist einfach unglaublich. Das kann man nicht anders so sagen. Johanna Reichert. Boah, stark. Schön auf. Hier sehen wir es. Da ist die Lücke. Zack. An Rode vorbei. Gerade sicher. Von der linken Seite. Stark. Schön durchgegangen. Rina auf links außen. Und am Kreis. Neut mehr. Und da ist der erste Treffer von Neckarsolm durch Munjas Leeds. Das ist nicht mehr so schnell und nicht mehr so dynamisch wie mit Smitsa auf der Platte. Ah, schönes Tor. Boah, schöner Wurf von Engel, muss man sagen. Aber das ist wieder die Sache. Rückraum nicht so nah ran lassen. Dafür macht sie den jetzt. Schönes Tor von Bruggemann. Der Kehr steigt hoch und macht die Treffer. Zwei zu eins. Für sehr erzieht. Ein schöner Treffer zur 3 zu 2 Führung. Schön noch gestiegen. Unter die Latte und er geht noch rein. Die sind jetzt mal in die Mitte gegangen. Und was für ein Hammer. Zeitspiel angezeigt. So muss kommen. Döll, den Ball an den Kreis. Auf Maxi Müller, die wuselt sich dadurch. Zeitspiel angezeigt. Und der Treffer zählt. Und der Treffer zählt. Aktuelle. Und die macht den Treffer. Bei den Gästen. Dann noch er ist der Martins. Und Kehr kommt da an den Ball noch mal, Martins. Was ist das für eine Szene? Es wird noch nicht so viel gewechselt bei den Mannschaften. Schöne bezogen. Nein, na klein. Sind noch gute 2 Minuten zu spielen. Können Flames ihren Vorsprung ausbauen. Wird gewechselt und zoffelt das, was sie gut kann. Ja. Wenn die Führung bleibt, dann passt das. Ei mit links, Alter. Ja. Ja, Svensson hat lange versucht. So, 15, 12. Ein schöner Treffer. Soffil konnte sich nicht schnell genug zurückziehen. Dann stand so ein bisschen der Aguonedo im Weg. Jetzt haben wir den Ausgleich. Schritt gesehen, sie stand wirklich da. Sie bei der Entscheidung, kann die Spielerin noch ausweichen? Oder kann sie es nicht mehr? Und hier haben wir... Ja, die fängt schon mal gut an. 80 groß. Und...